Hier in der Sportkongresshalle begrüße mit mir den Vorfeld-Gummersbach. Herzlich Willkommen in Deutschland, Schutz der Landeshauptstadt, die Gästen aus Thomasbach. Und jetzt würde ich sagen, Licht aus und wir warten auf unsere Mannen. Willkommen in Schwerin zur zweiten Handball-Bullingslinie. Hier ist die Sportkongresshalle. Hier in der Sportkongresshalle. Mit der Sportkongresshalle. Hier in der Sportkongresshalle. Hier in der Sportkongresshalle ist ein K boredesstuhl ... Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Und hier kommt unser SV Horst Schwerin. Untertitelung. BR 2018 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 Mitte Nummer 18 Tom Kuhl. Mitte Nummer 19 Yadou Rane. Mitte Nummer 22 Jenny Aukle. Mitte Nummer 33 Kim Ehle Axelsov. wir stehen nicht auf der Liste. Diese Nummer 14 unser 8er. Mitte Nummer 14 Und hier ist unser Mann im Tor und durch den Kostel Igor Metschi Und jetzt noch auf der Bank sein Team Ende unser Bundesliga-Außenbach Klaus Bücker und unsere Betreuer Unser Betreuer ist es Axel Jemus und natürlich unser Trainer das ist Dirk Beuchler. die Führung die Führung die Führung die Führung die Führung einen herzlichen Glück mit dem Beide und mit dem Partei auf dass Sie ein schönes Spiel 2.5 heute hier in der In der dritte Runde des DAB-Pokals. Und hier noch ein Hinweis an alle, die neben dem Spielball noch einen Ball dabei haben. In der Halle herrscht Ballspielenverbot und zwar restriktiv und ganz strikt und ohne Ausnahme. Aber wer also Ballspielen möchte, nicht in der Halle im Serie 3 einen blau-gelben Ball. Ja, du bist immer eins richtig. Trotzdem Ballspielen nur draußen. Wer hier drinnen mit dem Ball erwischt wird, kriegt es mit Bulli zu tun. Und da geht es los. Im Runde sitzt und am Mangel und es ist schön, die Ränge so voll zu sehen. Und das Volk jetzt auf Hürde. Tordi! 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 Das geht jetzt eigentlich sauberlos. Das war das 1 zu 0, für die Röte. Tordi! Alexander! Danke! 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 Das war Nr. 15, Christian! Super! Das war Nr. 16, Fligeste, der Lago, Kuturic. Das war's. Das war's.